Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ich denke, ihr erwartet eigentlich eine weihnachtliche Musik, aber irgendwie war mir heute mal nicht nach weihnachtlicher Musik zumute. Und deswegen starten wir mal mit einem anderen Intro als Weihnachtsmusik. Ich habe mir in den letzten Wochen ja ein paar Weihnachtsmärkte angeguckt und ihr wart bei vielen Videos mit dabei. Ich hoffe, das Video gefällt euch trotzdem. Wie gesagt, heute geht es auf den Mörser-Weihnachtsmarkt. Den finde ich eigentlich sehr schön. Leider ist dieses Jahr nicht das historische Riesenrad mit dabei. und bis zum nächsten Mal. Wihalahtum? Oh, das war's. Das war der Donnerstag. Und als hätte ich es geahnt, da kam er persönlich um die Ecke. Und wenn einem der Weihnachtsmann persönlich begegnet ist, dann ist vielleicht ein Backfisch mit Glühwein genau das Richtige, um wieder runter zu kommen. Und wenn man dann schon leicht einen im Tier hat, dann freut man sich, wenn die nächste Fahrt nicht rückwärts geht und wenn man freundlich angeschaut wird. Nach so viel Aufregung braucht man natürlich etwas Nervennahrung. Und was hilft da am besten? Natürlich Süßigkeiten oder ein Lebkuchenherz. Probiert es aus. Und wer von meinen Geschichten nicht genug bekommen kann, der findet hier sogar einen Märchenbaum, der einem noch ganz andere Geschichten erzählen kann. Das war mein Besuch auf den Weihnachtsmarkt in Mörs. Ich kann euch die Stadt Mörs mit ihrem Weihnachtsmarkt empfehlen. Die Altstadt ist wirklich schön geschmückt und einen Besuch wert. Je nachdem wann ihr kommt, könnt ihr auf den angrenzenden Parkplätzen der Altstadt umsonst parken. Informiert euch vorher im Internet. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Bis dahin. Tschüss.